Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Der Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von «Intelligenz» mangelt. Dennoch wird er in Forschung und Entwicklung verwendet. L'intelligence artificielle ist eine branche de l'informatik qui traite de l'automatisation du comportement intelligent et de l'apprentissage machine. Le terme ne peut être clairement défini dans la mesure où il manque déjà une définition précise du terme «intelligence». Néanmoins, il est utilisé en recherche et développement. Iskussственный intellekt – это отрасль informатики, которая занимается автоматизацией интеллектуального поведения и машинного обучения. Этот термин не может быть четко определен, поскольку уже не существует точного определения понятия «разведанные». Тем не менее, он используется в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах. Untertitelung des ZDF, 2020